Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde, was rede ich hier von einer Runde, zu Faction. Wir haben traurige, traurige Nachrichten. Wir wurden heute innerhalb von, keine Ahnung, drei, vier Stunden gerade zweimal graded, könnt ihr das mal sehen, durch Raidlock, Hamada Army oder Hamad Army, Kamm und Hocksteinkings. Ja. Die haben uns alles weggenommen. Die haben alles aus den Kisten. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, aber die haben alles genommen. Guck mal nach, wie viele Leute in einer Runde sind. Ich müsste den Namen wissen. Haben die wirklich alles? Haben die auch die Tränke rausgenommen? Alles. Alles ist raus. Auch die Öfen haben die erst drinnen gelassen. Die haben alles rausgenommen. Jeder einzelne Kiste haben die mitgenommen. Das ist auch mal. Die haben sogar hier die Kisten gesprengt. Warte mal, kann man das gucken, wenn ich log? Kann man gucken, wer die Spieler davon sind? Ja. Der Erste ist alleine. Glaube ich nicht, dass der alles genommen hat. Warum nicht? Weil er nicht so viel Platz haben kann. Vielleicht sind die auch Freunde, ne? Vielleicht ist das also eine Allianz. Nein, nein, nein. Glaube ich nicht. Aber die anderen sind drei gewesen. Man kann das ja mal nachgucken zum Glück. Ja, ist auf jeden Fall echt geil, weil die haben hier das alles genommen. Die haben uns die Spawner weggeballert, außer den Skelettsspawner. Wir hatten hier drei Spawner hinten im Raum stehen. Vielleicht hatten die nicht mehr mehr übrig. Ja, hier ist einfach alles kaputt. Hier haben wir aber noch zum Glück was zu essen. Ja, das habe ich heute Mittag gemacht. Ähm, Benni und Hauptner und Dr. Banks leben. Die sind nicht gestorben. Die haben die in Ruhe gelassen. Ja, neben kamen die, die die Schindel hatten kann, ich weiß nicht. Ja, da können wir froh sein, dass wir angefangen haben, das da oben zu bauen. Ja, wir gucken aber auch mal, was haben die hier oben kaputt gemacht? Das haben wir mich selber noch gar nicht gesehen. Ja, die haben halt hier oben das Loch reingemacht. Das ist halt das gewesen, warum ich gesagt habe, wir hätten das tiefer machen müssen mit der Decke. Weil wir hätten hier nochmal Wasser draufsetzen können. Dann hätten die das nämlich nicht so schnell geschafft. Ja, wir haben ja übrigens einen, habe ich hier einen Teich gebaut. Damit man hier... Ja, ich habe versucht ein Fels hier zu bauen. Ja, das wird automatisch zurückgemacht. Das war nämlich mega Arbeit. Ich bin noch nicht mal fertig, weil wir so viel Erde brauchen. Oben weiß ich gar nicht, ob die das tatsächlich versucht haben. Nein, oben konnten die nicht ran. Warte mal, von wo haben die denn gesprengt? Die können ja nur von hier oder von da gesprengt haben. Ja, von da denke ich mal, weil das da kürzer ist. Ich will gucken, ob die hier irgendwie noch was stehen haben oder so. Sieht man doch, die die von hier gesprengt haben. Und hier ist doch alles so kaputt. Ja, heißt ja nichts. Ja, die haben von hier gesprengt. Leute, schaut mal hier. Ist das nicht schön? Bisschen Epic-Rüstung und Legendary-Schuhe. Da haben wir leider nicht aufgenommen, wie ich die gezogen habe. Und wir haben hier so einen Knochen, den hatte Nies ja schon. Und hier den Stick of Truth. Und das habe ich ein bisschen upgradet. War das das? Ne, das hier. Ja, Level 3 hat das jetzt. Sehr nice. Und wir gehen ein bisschen fighten. Ja, und das, was ihr am Anfang gesehen habt, dass wir getradet worden sind, ist... Ja, ist schon fast her. Ja. Einige Stunden, würde ich sagen. Ist doch schnell. Ja, so... Ja, so zwei Stunden ungefähr. Ja, haben wir so kurz... Und deshalb haben wir ein bisschen gekämpft. Wir hatten krasse Fights. Wir hatten jemanden mit Fuldia getötet. Und dann kommt ein Hacker mit einem Butchers Club. Und falls ihr nicht wisst, was er ist, das ist eine der stärksten Waffen, die es hier gibt. Ja. Ja, damit hat er mich one-headed und ja, was soll man machen, ne? Dann war alles weg. Ja. Das war nice. Und ich und der Potten es noch rauslocken, aber Michelle war halt mehr vorne und dadurch auch schneller tot. Ne, ich war... Ich war aber erst hinter euch und dadurch wusste ich halt nicht wirklich auch der Hack, weil der meinte nur, der hat Hacks drin und das habe ich halt echt nicht geglaubt. Ich hatte ihn schon vorher gehabt, deswegen wusste ich, dass er hackt. Ja, und dann habe ich nur gesehen, wie er auf mich zugesprintet ist wie sonst was. Also, da konnte ich auch nicht mehr so schnell reagieren, so schnell wie der vor mir war und mich geschlagen hat. Die hier Brustplatte, sechs Stinks. Ja, easy. Wo ist der hin? Ins Wasser. Ah, ne, hier. Wasser? Du sagst schon wieder Wasser. Ja, du weißt auch, was ich meine. Ich habe ihr noch getötet. Wahrscheinlich. Schaffen wir die 26 XP? Leute, ratet mal, in welcher Folge ich vielleicht mal einen Legendary Crystal bekomme. Gar keine. Ich habe einmal nicht... Ich glaube, ich habe die einzige wäre, die noch nie einen Legendary Crystal bekommen hat. Ich glaube, du hattest ganz am Anfang schon welche. Weil wir hatten beide am Anfang, als wir hier gespielt hatten, hatten wir relativ viele Crystals gefunden. Da war auch bestimmt ein Legendary bei. Nein, ich hatte nie einen Legendary, das weiß ich noch. Keine Ahnung. Oh. Ha. Ich habe in einer Kiste 100 XP, 250 XP und 50 XP. Wahrscheinlich. 400 XP in einer Kiste. Wahrscheinlich. Ich hätte auf jeden Fall einen Common und einen Epic. Ich habe einen Rare. Okay. Und wieder XP natürlich. 50 XP. Noch 12. Hat der EP geworfen? Ja. Links ist der, das wird so weit nach rechts geschmissen. Nein, so weit nicht. Der geht in die Lava. Oder über die Lava, er hat gesagt. Nein, der ist es so weit, der kann niemand so weit werfen. Oder? Der muss in die Lava geschmissen haben. 100 XP wieder. Halt, was ist denn mit mir los? Auch kriegst du viel XP. Habe ich eben auch bekommen. Wie gesagt, ich habe ein ganzes Level nur mit Flaschen bekommen. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich habe die ganze Zeit jetzt immer die Kisten bekommen. Wahrscheinlich das, ja. Legendary Crystal. Als ob du noch was bekommst. Nimm mich aber vorher an, bevor du gehst. Ja, mach schnell, ja. Ja, ich habe geschickt. Nein, der kriegt keinen Schaden. Der kriegt Schaden. Das ist ein Hacker. Nein, Ausdruckung. Oh Gott, ich habe so oft Escape gedrückt. Bitte lebe ich jetzt noch. Ja, lebst du noch. Da hat sich nicht einfach mehr rüber gelaufen. Ich habe mich ausgelaufen. Ich habe so rumgezittert, dass ich tausendmal diese Escape-Taste gedrückt habe und es nicht geschafft hat, dass ich mich ausloggen kann. Der ganze Kind hat sich bewegt. Der steht halt so weit vor mir. Der kam halt nur mit ein bisschen leichten Speed zu mir. Was ist denn leichten Speed? Der kam direkt, der hat dieses B-Hop gehabt. Weißt du noch, Vitali, morgens um halbzehn Morgen Milch nicht im Mund. Wahrscheinlich Milch nicht im Mund. Ja klar, Milch nicht im Mund. Milch nicht im Mund. Weißt du noch, Vitali? So, so. Weißt du noch, Vitali? Wie ist die B'scheid, Vitali, du kleine Arschloche? Weißt du noch, als man Fuß in der Maschine verpasst? Und du dann kamst mit deiner Milchschnitte und hast mich damit beruhigt. Als du kamst mit deinem Messer und mir den Fuß abgeschnitten hast. Oh, da ist einer. Nein! Der Typ hat einfach nichts an. Was ist das so, Level-1-Typ? Hier, hier hat jemand TNT gelegt. Oh, der hat die andere Hand als Mainhand. Und ich habe ihn gekillt und hat ein Crystal gehabt. Ich hoffe, dass der eine Typ hier nicht ist. Weil der eben hier auch hungelaufen ist. Ich habe alles von dem bekommen. Warum habe ich keinen Hunger und kein alles? Legendary Crystal! Als ob du es schon wieder bekommst. Spawn. Oder lass mich anfangen. Ich fange mit Combin an. Oder hast du angefangen? Ja. Okay, dann mach du zuerst. Ich habe einen Helm bekommen. Okay, jetzt lass mich. Die Combin auch erst auf. Ich gehe halt nach der Stärke hoch. Ein Helm? Was für ein? Ein die Helm? Cursed Helmet. Ja, nein, ist ein Goldhelm. Die Weinhelm für Sepp. Okay, mach ich auch. 1000 Coins. Alles klar. Bekommen sowas nie, ne? Mit Coins. Ich habe eben einfach 50.000 bekommen. Jetzt kann ich mir eigentlich schlecht Money machen. 143.000. Okay. Oh, ich öffne auch den gerade noch ein. Ja gut, jetzt öffne ich auch zwei. Das Eiswort habe ich bekommen. Ich habe das Holzschwert bekommen. Das habe ich ja auch schon abgewertet auf Stufe 2. Ja, mach du. Ja, öffne noch einmal. Ich habe zweimal ja gemacht. Helm? Spiky Helmet. Die verkaufe ich eh gleich alle. First Leggings. Okay, ich mache auf. Und eine Solid Chestblade. Ja. Ist ja egal. Wie gesagt, die kommt weg. Hä, du schließt ja nicht mehr. Hä, ich wurde rausgeportet. In die Warzone einfach. Hä? Ja, meine Enderpelle ist wahrscheinlich jetzt erst angekommen. Als ob. Das habe ich so oft schon gehabt, dass ich einfach weggeportet werde. Ja, vor allem ist da jemand einfach rausgekommen. Vor allem, wir stehen doch schon voll lange hier. Ja eben, das hatte ich schon so oft. Hä, wie viel Bug ist das denn dann? Aber die Hose habe ich trotzdem bekommen. Ich habe eine kommende Hose bekommen. Ich nehme auch mal auf. Hä? Ich dachte, du darfst auf einmal ein bisschen rausgeflogen aus dem Server. Das habe ich gerade auch gedacht, dass ich irgendwie... Äh, Leder-Schuhe. ...das soll irgendwie irgendein Problem haben. The fuck, ey. Mach auf. Ja, mach ich doch. Ach so, der hat einen Spawner bekommen, der Typ hier. Für Hose. Okay. Was schön, dass der Spawner bekommen hat. Ich habe jetzt danach... Mach du erst die kommen weiter. Dann machen wir die Rare und dann halt so weiter. Okay, dann mach ich weiter auf. Ich habe einen Helm bekommen wieder. Spiky wieder. Könnte ich eng zusammenschauen, aber naja, egal. Noch meine Brustplatte. Solid wieder. Weißt du, es gibt eigentlich mehr Level, wenn du das zusammensetzt? Tausend kannst. Weiß ich nicht. Als ob du sowas bekommst die ganze Zeit. Ja, ich bin halt reich. Ich habe einfach nur tausend Euro. Spiky Helmet. Oder mein ich. Den habe ich jetzt dreimal, den Spiky Helmet. Alles klar. Nochmal diese Leder-Schuhe. An die Worker, ne? Das sind auch Worker. Okay, die packe ich gleich einfach mal zusammen. Obwohl, nee, mache ich nicht. Und eine Spiky... Äh... Nee, Solid-Hose. Davon habe ich jetzt, ähm... Hose und Oberteil. Welche machst du auf? Rare. Okay. Ich habe nur Rare und nochmal drei. Wie viele Rare hast du? Drei. Ja, okay, ich habe neun. Ja. Darum sag ich das, du hättest aufteilen können. Ich habe einen Farben-Spot bekommen. Das habe ich sogar. Das ist ich zu Hause schon. Ich kann es sogar noch zusammensetzen. Okay. Ist das gut? Ja. Das macht, ähm... Darf ich auch machen gerne? Heavy Hand. Okay. Und der Tech-Speed ist halt sehr schnell. Gold-Hellen. Explosive Helmet. Ignite hat das drauf. Okay. Ja, aber die verkaufe ich auch, die Rare. Ich will nur Epic und Legendary haben. Weil das halt das Beste ist. Die kaufe ich einfach so mit Lederrüstung rum oder mit sowas hier. Wenn das Leute mir geben, die kann ich auch noch verkaufen, die Sachen, die ich anhab. Und? Ja, du musst machen. Ach, ich habe ja auch eine Rare. Ja, ach. Jetzt mach ich gerade aber auf. Ja, ich mach auch gerade auf. Oh, ho. Hast du ein Schussblatt bekommen? Titanium? Äh, ich habe Eisenschwert bekommen. Antique. Redsword. This Armor. Oh, this Armor ist so geil. Was ist das? Das zieht dir die Rüstung aus. Ach so. Ja, als ob. Ja. Schuhe bekommen. Arcane. Boots. Ich habe das gerade mal gesagt, dass die die Rüstung haben. Aber du hast keine mehr, oder? Ah doch. Nee, nur noch dann drei Epic. Okay. Und ich bekomme... Einen Spawner. Pig-Spawner. Wir haben wieder einen Pig-Spawner. Ja, wir haben... Denn bei uns wurden ja die Spawner kaputt geschossen. Ich mach mal weiter auf, ne? Ja, mach die Rare auch. Nice. Ein Feuerzeug, den habe ich bekommen. Das kann ich upgraden. Okay. Ja, ich habe das. Ich habe halt alle Schwerter fast. Noch ein Spawner. Noch ein Pig-Spawner. Also... Wir hatten keine zwei Pig-Spawner, oder? Ja, wir hatten zwei Pig-Spawner. Okay. Du hast mir eingegeben. Ja, ich habe das Antik-Schwert, das brauche ich noch. Das habe ich auch hier drin. Ja, ich bin das noch am upgraden. Ja, ich habe das auch hier drin halt. Gerade eben bekommen. Ein Helm habe ich bekommen. Und der letzte? Die Helm. Was für einen? Ähm, Rune. Okay, ich mache den Epic auf. Hast du einen? Drei. Ja, habe ich auch drei. Richter, einen. Okay, nice. Ist gut für die automatischen Farben, die wir machen wollen. Ein Helmet. Äh, World Lords Helmet. Okay, was hat der drauf? Äh, Protection und Nutrion. Nuriturion, oder wie das heißt, ey. Keine Ahnung. Muss gleich mal gucken, was das ist. Also die DIA-Sachen werde ich auf jeden Fall überhalten. Was hast du noch? DIA-Schef-Blade mit, äh, N-Light. N-Light. Keine Ahnung, was das ist für eine Protection. Könnte ich kurz nachgucken. Ähm, ich habe Forge-Leggings bekommen, die brauche ich sogar. Dann mache ich halt nochmal auf und dann nachdruck. Warte, wie hieß das? N-Light, irgendwas sowas. Was ist das für eine Verzauberung? Und, äh, ein Steak-TNT habe ich bekommen. Your resistance and also has the chance to heal you when you attack. Das ist mega geil. Okay, mach deinen Mist auf. Und nochmal ein Trichter. Zwei Stück ab. Weiß, jetzt kommen meine Legendaries. Zwei Stück. Wurde, klick einfach hier, was wir kriegen. Ich habe eine Chase-Blade bekommen. Eine Shane Chase-Blade. Mit Tank und Protection 1. Tank ist mega gut. Okay. Ja, habe ich auch, aber nur mit, äh, Rare. Und die letzte. Nochmal die Chase-Blade. Dann setze sie zusammen. Mach ich auch. Dann hast du mich direkt mit Protection 2, glaube ich. Nee. Da packen wir rein. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das. Rare passt da rein. Das war epic, 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 epic. Legendary. Perfekt, dann krieg ich jetzt noch ein bisschen XP. Ja, ich mach das gleich auch. Ja, level 26 easy. Easy spawn. Alles klar. Dann mach ich mal direkt Skill. Und grade ab auf Rüstung. Ja, mach mir bei zur Rüstung. So, das Antikschwert. Wo ist das hier? Ist das das? Ja, perfekt. Okay, das hat jetzt Stufe 2. Ja, nice. Dann habe ich den Helm. World habe ich. Eko, perfekt. Das habe ich sogar schon mal. Jetzt habe ich zwei Teile von diesem World-Ding. Dann dieses Legendary-Teil. Dann habe ich eine Forged-Dinger. Hier, Hose. Die habe ich auch schon mal. Nice. Dann kann ich die zusammenpacken. Dann habe ich schon mal 50% davon. Dann habe ich dieses Teil hier und dieses Spawner beide. Und das Schwert hier noch. Muss ich noch. Das packe ich raus. Mein Endeffekt ist einfach zu klein. Also ich würde sagen, das war ein guter Loot. Viel XP bekommen. Extrem viel XP. Ja, ich habe ungefähr vier Striche fast voll bekommen. Und wir haben die Spawner wieder. Wir haben zwar den Chicken-Spawner nicht, aber der ist auch nicht so wichtig. Wie Schwein-Spawner. Das finde ich schon mal ziemlich geil, dass wir die sozusagen wiederbekommen haben. Also die Leute, die uns gemeldet haben und vielleicht dieses Video sehen, hat euch das nicht wehgebracht. Denn wir hatten noch nicht geiles Zeug in den Kisten liegen. Außer ein bisschen TNT und Obsidian. Aber sonst war da nichts Interessantes drin. Denn das bewahren wir in unseren Enderkisten auf. Oder halt hoffentlich irgendwann hier in diesem fetten Raum, den wir noch einteilen werden natürlich. Das wird nicht alles so hoch bleiben, wie es jetzt ist, sondern in Räume aufgeteilt. Gut, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. So Leute. Keine Ahnung, Stunden später. Die Aufnahme ist seit ungefähr zehn Minuten oder so vorbei. Ich öffne die Kiste. Legendary. Alles klar. Soll ich die öffnen? Komm, ich öffne das noch für euch. Natürlich öffne die. So. Legendary wird geöffnet. Bam. Nee, da kommt der sonst scheiß raus, ey. Mein erster Legendary, den ich jemals bekommen habe. Und ich bekomme Legendary Holy Boots, bekomme ich. Okay. Natürlich, die bringen wir sofort nach Hause. Holy ist das die weiße, was du? Ja. Yeah, nice. Ja, dann machst du den Hopen, dann ich mach den Benny oder was. Ach, warum geh ich überhaupt hier hin? Ich hab aber nur ein rotes Teil. Ich hab nur die Schuhe, glaube ich. Ja, ich hab auch nur die Schuhe. Ja, gut. Ich hab nur die Schuhe.